hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von warhammer 40k dark tight und es gibt etwas anzukündigen sef hallo hallo es gab ein patch letzte woche einen vergleichsweise größeren patch mit dem sie jetzt versuchen die features nachzuliefern die sie schon zum lounge versprochen hatten so am schaust meiner gruppe sonst vergessen wir das gleich wieder ja ja ich war gerade agenten nicht agenten soziales jaha das kennt ihr nicht so sozial leben und so das ist was ganz modernes das ist naja du bist da irgendwie nicht wenn ich nicht weiß nicht wieso nicht siehst du mich dann lad mich ein weil du bist bei mir gar nicht angezeigt ja ich sehe dich dann lad mich ein habe ich dafür muss man rausgehen das ist natürlich doof du musst mich rausgehen wie nehme ich die denn an du klickst auf ok jawohl hier ist nichts mit ok im spiel also ich habe es gerade nur auf steam bekommen irgendwie aber nicht hier oh warte ups ich habe es auch bei steam gemacht weil ich ein idiot bin warte mal jetzt habe ich dich komischerweise sehe ich dich jetzt auch auf einmal so ich habe dich mal eingeladen wir haben es geschafft wir haben es geschafft trotzdem kompletten mangel an kompetenz jetzt kann noch die feier woche dazwischen ja gott was denn hier los jetzt sind hier und jetzt gehen die sachen hier nicht mehr weg neue neue patch neue probleme steam hat jetzt ein problem dadurch dass du die einladung geschickt hast so jetzt so jetzt haben wir es aber und jetzt kannst du noch mal sehen kommt kommt doch einfach mal mit zum zum shop so um deinen fans das zeigen welcher shop jetzt also ich bin gerade beim kauft der dem nicht beim schon nicht nicht beim crafting schatz zum normalen waffen shop ok ich komme aber wahrscheinlich werden wir uns da nicht sehen nämlich an das kann sein aber du solltest es ja trotzdem sehen so also dann leute sollen sehen weil die machen ja das video wie die meine zuschauer machen das video ach so mensch ich bin im waffen shop ok bin da es gibt jetzt einen neuen reiter wie du sehen kannst bronze armory dass im grunde kannst du da ein ein standard modell von jeder waffe die freigeschaltet wurde kaufen so für sich genommen etwas ohne große tolle features ohne besonderheiten ich glaube normale seltenheit der clou der punkt ist dass du halt dann immer eins also dass du immer eine waffe von der art die du suchst kaufen kannst so man muss sich das so ein bisschen wie eine leinwand vorstellen ich kaufe jetzt zum beispiel einfach mal ein bolt gun also einen genauen bolt gun das entspricht dann immer deinem level das was du da kaufst ich kann sogar die verschiedenen stäbe hier kaufen das alles was du freigeschaltet hast so da ist jetzt keine perks oder sowas dran da kommt jetzt der das crafting menu ins spiel du diese 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 unbesonderen unspecialigen gegenstände sind dazu gedacht dass man dann auf die draufhauen kann was man will und sie dann verbessert verstehe also sind die dann nachher besser also ich meine wenn ich hier so sagen so ein dingens habe so ein gesalbtes lila schwert dann ist das doch besser oder nicht ja du kannst es ja auf lila machen ach so ich kann es dann selber lila machen du kannst das lila machen genau und dann ist es natürlich auch besser okay was brauche ich dazu um die zu verbessern die crafting materialien die wir im spiel so fleißig sammeln okay braucht man viele davon lasse ich mal kurz gucken ich habe es gerade aufgemacht also consecrate ist wenn man es hoch machen will also für consecrate von weiß auf grün brauchst du 109 von den von den einfachen materialien von denen wir ganz viele haben also ich habe da 1240 von ich nehme an bei dir ist es ungefähr das gleiche weil wir in den selben missionen waren mit den charakteren dann wird das ding schon mal besser so dann wenn du es noch mal konsecraten möchtest zu blau dann sind es 146 das ist immer noch sehr sehr bezahlbar die war fast ganz schön gut wenn ich ehrlich bin ich glaube die möchte gleich benutzen das mache ich aber hinten beim crafting table oder ja genau okay dann gehe ich mal kurz dahin so dann von blau zu lila dann brauchst du die teureren crafting materialien so und auch gar nicht so wenige davon das ist es weiter nicht warum haben sie die sache nicht nebeneinander gebaut weiß ich auch nicht das macht das ist aber das wirst du gleich sehen was ich da erzählt habe das macht dann viel mehr sinn na gut ich habe jetzt keine waffe gekauft ich habe gerade mir erst mal wieder ein lilanes oder ein blaues blaues sie schwert gekauft weil es gerade so toll war na du kannst es trotzdem wird irgendwas aus dem inventar ist kannst du das mal kurz zeigen wein oder was mache ich hier genau naja ich sehe es ist blau und jetzt könnte ich es auf lila machen und das kostet dann jetzt bei mir zum beispiel 91 von dem seltenen kram und 292 von dem einfachen kram ich habe ich weiß nicht wie die aber so schlimm ist es tatsächlich gar nicht wenn ich gucke also hier leute guck mal hier ist der preis unten und hier oben seht ihr wie viel ich habe und dann ist das jetzt nicht so schlecht also der würfel der scheint seltener zu sein als diese komische fiole da aber ist machbar tatsächlich und ich überlege gerade ob ich es auch mache ich mache das jetzt gerade einfach mal weil die bald gar nicht das ist echt gut ich habe das ist ein guter wurf naja weitestgehend guter wurf wir haben das jetzt auch mal gemacht jetzt habt ihr mal gesehen wie das geht ich mache jetzt nicht zu oft wir machen das jetzt mal hier mit ich weiß später macht es eigentlich mehr sinn weil wir werden noch oft unsere waffen wahrscheinlich wechseln aber ja so und dann kann man zum beispiel dann gibt es ja noch weitere sachen lieber machen kann man kann wie fein alter machen und wenn ich das richtig verstehe dann kann man dadurch kann man da ein perk kann man durch einen anderen ersetzen aber ich weiß nicht ob das dann random ist ob man ein nimmt immer gespeichert hat oder wie ich mache das einfach mal weil da nämlich ja das ist das ist gut gegenstand raffinieren jetzt kann ich hier quasi den vorteil nutzen den ich habe biete ein gegenstand so raffinieren an hat und wird den ausgewählten vorteil mit einer ihrer wahl ersetzen okay also könnte ich stehen jetzt durch was anderes ersetzen mache ich jetzt mal nicht aber könnte so was kostet das dann 35 von den ok von den violen dingern hat man aber auch viele das ist tatsächlich gar nicht mehr gar nicht so und und ich weiß nicht wie es bei dir heißt auf englisch heißt es re bless also irgendwas mit irgendwas mit wein oder segnen oder sowas da kannst du die segnung also dieses dieses mit dem kleinen icon da unten ersetzen so dafür müsstest du im moment habe ich ja eins habe ich ja eins jawohl man kann nämlich von anderen blauen gegenständen oder blau aufwärts kann man blessings quasi abziehen indem man das ding dabei kaputt aber man kann die blessing in speicher tun quasi wie man mit was also ich habe hier am untergegenstand raffinieren raffinieren habe ich erneut segnen und segen verdienen genau segen verdienen da klickste drauf ist irgendwas was du nicht ausgerüstet hast und nicht brauchst das ist wichtig du brauchst es nicht außer den hier den ich ach dann ist aber die waffe weg wenn ich es mache genau du verdienst den du verdienst den den perk quasi den also das blessing das tust du deinen speicher und kannst dann bei kannst dann bei re bless oder erneut segnen kannst du dann diesen 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 diese diese segnung verwenden okay ich verstehe vorher habe ich gar keine ich kann hier sonst vorher gar nichts erneut genau vorher hast du nichts du musst vorher ein paar sachen kaputt machen du nicht brauchst aber sie haben jetzt auch nach du kriegst jetzt nach jeder mission irgendwas geschenkt ach cool genau das heißt das sollte insgesamt einfacher sein weil dann heißt es ja wirklich dass ich erstmal jedes mal eine waffe schrott machen muss damit ich überhaupt einen coolen perk habe den ich da hinmachen kann aber jetzt solltest du auch regelmäßig waffen kriegen die du schrott machen kannst vielleicht nicht immer blaue sondern vielleicht was anderes was kaputt machen kannst aber sollte jetzt häufiger passieren ich finde das so super cool dass wir jetzt immer die möglichkeit haben irgendwas grundlegendes zu haben mit dem wir arbeiten können und wir nicht erst darauf warten müssen dass im shop etwas random droppt wenn ich auch so sehe da ist jetzt jeder sie stadt dabei also jeder art das heißt ich kann mir dann tatsächlich auch aussuchen möchte ich jetzt flammenwerfer möchte ich den macht blitz möchte ich das genau du kannst es jetzt wirklich aussuchen und das auf blau zu machen ist nicht so teuer wirklich nicht also man kann das nicht ständig machen weil auch das frisst ihr irgendwann die reserven auf aber ja okay also ich bin damit ein bisschen happy das hätte schon bei lounge da sein sollen aber wir wollen nicht zu sehr meckern ja vor allem bei verminteil gab es doch sowas schon ja bei verminteil war es auch schon bei lounge da deswegen sind alle so sauer naja gut was ist das denn ja gründer gegner hat eine beute von hunden im gebiet losgelassen ich guck gerade schon mal karten gibt es nicht auch eine karte das weiß ich nicht ich glaube nicht ich glaube ich glaube nicht ich glaube ich auch glaube ich keine neue na gut isuki ja machen wir eine 2 oder machen wir eine 3 er eine drei jahren wir hatten jetzt immer drei jahren mit weniger gegnern ja aber das ist das haben wir gerade nicht eine hohe intensität haben wir zwei jahren mit hoher intensität nee okay dann würde ich fast sagen machen wir vielleicht zum reinen können wir nicht auch eine normale drei jahren machen mittlerweile also das denken wir jedes mal und dann dann ne aber das wäre das wäre okay weil weil jetzt haben wir lange gequatscht und wenn wir jetzt mit einem halben bisschen auf der fresse kriegen dann ist die folge hat eine gute länge die stimmt das stimmt okay dann suche ich jetzt eine aus hier sind nämlich gerade ein paar wollen wir welche mit einer meute von hunden im gebiet losgelassen ich hasse hunde aber mach ruhig finde ich halt irgendwie lustig nehmen wir mal so hündchen und ich habe meinen neuen bolter ausgerüstet weil der viel cooler ist als mein alter okay nur in einem team sind war ja ich bin nicht ganz sicher wie das mit denen wie das mit den item würfen ist man hat ja immer diese kleinen modifikatoren da bei den items so mobilität feuerrate munition und so ein kram und die können ja variieren von null bis bis hundert und bei meinem bolter zum beispiel war mobilität waren nur waren nur so um die 30 und ich glaube das bedeutet dass er langsamer ist wenn ich ihn wenn ich was anvisieren möchte oder so das ist jetzt besser ich weiß nicht wie das bei diesen items ist auf dieser aus diesem shopfenster ob die immer so durchschnittliche werte haben so grundsätzlich ja oder ob die auch verschieden sein können kann man das quasi zwei mal das gleiche kaufen und dann mal vergleichen ob es genau die gleichen werte hat ja eigentlich oder wenn wie sehr es variiert aber sachen dort kaufen ist deutlich billiger als sachen im shop also wie diese weißen gegenstände kostet man ja nur weiß ich so 6000 oder sowas guck mal die sind schon weiter vorne bist du bei uns drin ich bin noch im ladebildschirm okay dann bist du der botte hier angezeigt wird ja ich bin noch der bad ich glaube schon mal zu den anderen die sind wirklich sehr weit schon voraus ich habe es geschafft ich bin da ich sehe jetzt dass du auch drin bist bist du bei den gespawnt musst du auch den ganzen weg laufen das ist ein bisschen kacke wegen hunden ich kann gegen die hunde absolut nichts machen wenn die kommen also bei mir war jetzt auf dem weg nichts ich bin auch nicht sicher wo es lang geht ehrlich gesagt gerade einfach auf die bilder zugelaufen ja das ding ist muss ich rauf muss ich runter ich glaube ich kann auch ich glaube ich musste runter ich habe mich schön und das verstehe ich nicht warum man dann so weit weg wir kommen ja da kann ich absolut nichts gegen ja keiner kann zu dem kommt ich wusste doch nicht wo ich lang soll also ganz im ernst ich hatte keine ahnung wo es lang geht das problem ist ich komme halt auch nicht zu dir hin weil ich bin sachen runtergesprungen also ich kann da auf keinen fall wieder hoch springen ja vergiss es ich sterbe jetzt und spawnen da irgendwo in eurer nähe oder so keine ahnung das ist irgendwie doch ist doch kacke ach mal ist sie jetzt nicht aufringen du kommst du wirst gleich irgendwo sein also dafür könnt ihr nichts aber das ist kacke gelaufen war im spiel ja ich verstehe auch nicht warum man dann nicht gleich die leute zu den anderen leuten sitzt das macht wirklich keinen sinn ich bin ein bisschen hinter euch ja nicht also nicht weit weg da sitzt du in der ecke ja was jetzt gar nicht so schlechte ansicht dass du gestorben bist du bist halt hier ist ein bisschen doof natürlich für die 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 dinge sind die auflastung am ende aber ne ich höre hündchen viele hündchen ja ja wow was sind das viele hündchen das ist total das ist total scheiße ja ich werde auch die ganze zeit mensch ist überall hunde viele hunde das ist total das ist total scheiße ja das ist ein bisschen mehr als ich glaube nicht ja das ist ein bisschen mehr als ich glaube nicht ich wusste ja nicht dass sie alle auf einmal kommen wow ja das wusste ich auch nicht ja das ist halt irgendwas was platzt ne das sind kästen im zweifelsfall ja es fühlt sich nicht sehr gut an so überlebt zu haben ja es fühlt sich nicht sehr gut an so überlebt zu haben ich hätte so gerne heilen ja ist ja nicht irgendwo heilung vor der brücke ja auf der brücke auf der brücke das sind heilungs gegen den ja 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 wird er macht wurden und gefällt dir der neuer blaster es ist bolter weiter ja schon da heilung ja Oh ne, ich will nicht werden. Bleib mal in der Nähe, irgendwie. Achso, ich hol gerade mal eine Zelle. Ja, aber du bist alleine. Das ist doch dumm. Ja, warum ist denn keiner mitgekommen? Weil ich nicht wusste, wo du hingehst. Du hast nichts gesagt. Na, zu der Zelle, die angezeigt wurde, ist doch klar. Wir müssen die doch holen. Hilfe? Ach, okay. Ach, hier passiert ja nichts von der Zelle nicht rein. Du musst mir aber halt schon sagen, wo du... Hündchen! 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 Dann mach du und ich. Hast du reingelegt? Ja. Wo ist denn der Nächste? Da hinten. Möbel ist heute gerade und wir müssen dem mal helfen da. Ich weiß nicht, was die hier macht. Ich hab gerade versucht der anderen zu helfen. Oh Gott, wie kann der denn da hin? Ähm. Der ist hier runter und dann recht fromm. Okay. Ich hab die, ich hab die, ich hab die Energiezelle. Ja. Ich glaube, unsere Mitspieler sind sehr hoch von Minerien, glaube ich. Mann, nein. Oh. Mutant. So, das war's. Mensch. Sag mal. Bombes Zielwasser. Hah, ich hab's. Das war's. Ja. Ja. Das war's. Ja, ich hab's. Ja, ich hab's. Ja, ich hab's. Das ist voll cool, was der andere Psyoniker hier cooles macht. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Das ist blaue Feuer. Voll cool. Das ist dieser Flammenwerfer von dem, der erzählt vorher. Ja, aber ich habe den sonst noch rot gesehen. Jetzt sehe ich ihn das erst mal mit blauem Feuer. Schick. Ne, das sind Warpflammen. Die sind, glaube ich, immer blau, oder? Nein, ich habe das auch schon gesehen. Die anderen Psyoniker hatten, die ihren rot. 100 Pro. Aber es gibt auch noch einen richtigen Flammenwerfer. Ich glaube, der ist rot. Aber ich habe das schon bei Psyonikern in Rot gesehen, bin ich mir sicher. Okay. Wo ich das nämlich das erste Mal, glaube ich, bei der Psyonikerin gesehen habe, war alles gut. Aber vielleicht irre ich mich auch. Ich muss auch sagen. Ah! This is for the pace! Bring up something, something! No! No more help! You've got a clear path! Move or leave the whole table barons! Wahnsinn! Also nicht wirklich hier verloren. Ruhig! Die Bomben muss... Der Bomber muss sterben. Der ist sowas von nervig. Das war ganz schön los hier dran. Wir wollten ja mehr Aufregung. Ja. Ja. Ich will mich auch gar nicht beschweren darüber. Sehr nett. Okay. Das war intensiv. Aber... Aber spaßig auch. Dadurch. Natürlich. Und wie gesagt, ich glaube, unsere Mitspieler sind sehr hochwertig. Ich glaube, die machen einen sehr guten Schaden. Hundeschwaben, bleibt mal hier! Ja, ich bleib bei euch. Das ist schon ein bisschen krass mit den Hunden. Und man hat wirklich Angst vorgegeben. Da hinten! Alle doof? Der Verfresser. Okay. Ich hab gerade fünf oder so weggeblasen mit meinem Wolter. Bam! Die kamen alle von einer Seite der Brücke. Richtig cool. Autsch. Es ist so... Die sind so nervig, die Dinger. Aber hat auch was. Das ist mal was anderes. Finde ich eigentlich ganz nett. Ich frag mich ein bisschen, was wohl mit dem schlechte Sichtmodifikator passiert ist. Ob sie den einfach nur gestrichen haben? Wäre der hier eigentlich gerade drin? Oder? Nee, nee, nee. Ich weiß nur überhaupt. Ich hab den noch nicht mehr gesehen seit der Anfangsphase. Kann ich dir nicht sagen, ob der weg ist. Ich glaube, wir sehen den nuni. Ich glaube nicht, dass die Modi wieder rauslöschen, oder? Weil wenn der scheiße ist. Oh, was ist das? Ich muss mich kurz kratzen. Verdammt. Okay. Ich muss mich kurz an der Nase kratzen. Ich muss mich kurz an der Nase kratzen. Nein, das geht jetzt nicht. Das ist vorbei. Der Imperator schätzt meine Schwäche nicht. Meine Nase. Sagt es dir. Oh ja. Ich bin das cool. Ich schieße es auf etwas und es platzt. Es platzt einfach nur. Ich hau nicht mal ein Loch rein, sondern es platzt. Wenchen. Wo seid ihr? Wo seid ihr alle? Ich bin bei dir. Oh, ich bin tot. Ach Mensch. Das hab ich nicht mitbekommen. Ja, ich hab's auch. Oha. Okay. Da kam gerade sehr viel auf einmal. Die Hunde und auch noch Spezialgegner. Ja, aber das hab ich gerade irgendwie nicht kommen sehen. Wow. Also die ganzen Shotgunner dort. Wir haben echt nicht aufgepasst kurz. Äh, nee. Ich glaub ich war irgendwie... Ich hab die ganze Zeit nach Hundchen geguckt und dann... Hat dich was anderes getötet? Ja. Das war dann... Ja, das ist für den einen jetzt ein bisschen zu viel. So. Ja, das ist zu krass. Ja, der ist tot. Wir haben es verkackt. Naja, passiert. Passiert. Autsch. Ha. Ja. Ja, die sind sehr hoch. Aber leider gab's ja auch keine Mission mit wenig Gegnern. Aber Hündchen ist vielleicht dann doch ein bisschen sehr krass noch dazu. So. Das ist ja okay. Jetzt ist die Folgendauer auch im Rahmen. Naja, man muss es halt ausprobieren. Einfach mal ausprobieren. Man muss alles ausprobieren. Wir müssen uns gar nicht rechtfertigen dafür zu versagen. Nö, nö. Versagen ist okay. Okay. So, Leute. Mal gucken, ob wir für die nächste Mission dann wieder was entsprechendes finden. Jetzt haben wir mal wieder ausprobiert. Ich würde sagen, wir gucken mal, ob wir wieder eine 3er Mission mit weniger Gegnern finden. Das finde ich eigentlich immer noch sehr passend. Aber jetzt... Naja, gut. Das war auch gerade ein bisschen Pech. Eigentlich lief es ja auch gerade noch gut. War jetzt einfach... Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe gar nicht mitbekommen, dass mein Leben so weit runter war. Dann hätte ich mich da vielleicht auch nicht in die Mitte reingestellt. Habe ich irgendwie gerade nicht auf dem Schirm gehabt. Wir hatten... Wir waren unglücklicherweise in dem Moment, wo alles kam, waren wir verstreut. Ja. Ja, das war auch ein bisschen doof, dass alle auseinander waren. Ich bin extra zu dir gelaufen, weil ich die Hündchen schon gehört habe. Aber die anderen weiß ich nicht, wo die da gerade waren. Das war auch richtig so. Die anderen haben es aber nicht gemacht. Die waren irgendwo anders. Die waren... Das war nicht deren Schuld. Die hatten sich vorher schon aufgeteilt. Es war einfach gerade Pech in dem Moment wahrscheinlich. Und dann kamen die halt auch schon sehr schnell. Also man hat gerade das vorhin gehört und dann war auch schon... Ja. Dann kam auch schon alles angerannt irgendwie. Also ich war gerade auch ganz schön übertülpelt, muss ich zugeben. Dann kam aber halt auch ein Squad von Shotgunern von oben von der Treppe und die haben sofort schießen können, weil die nah genug dran waren. Das war glaube ich der Killer da eigentlich. Ich glaube, das hat mich... Also ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das hat mich gekillt. Na gut, Leute. Dann aber schön, dass ihr dabei wart und dann bis zum nächsten Mal. Bye!